Der neue Raspberry Pi 5 ist da und diesmal nicht nur als eine Ankündigung, sondern physisch in echt zum Kaufen. In diesem Video werden wir ihn erstmals zusammen auspacken und ich möchte euch ein paar erste Eindrücke vermitteln. Ich brauche mehr Details. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Wenn ihr meine vorherigen Videos zum Raspberry Pi 5 gesehen habt, dann ist euch der 23.10. sicher ein Begriff. Vielleicht habt ihr ihn sogar rot im Kalender markiert, das ist nämlich der offizielle Verkaufsstart für den Raspberry Pi 5. Einen knappen Monat zuvor, also Ende September 2023, wurde er spontan vorgestellt. Das kam überraschend auch für mich, weil der Raspberry Pi Gründer Eben Abton hatte noch kurz davor in einem Interview gesagt, dass es dieses Jahr, also 2023, nichts mehr mit einem Nachfolger wird. Man wollte gegen Ende des Jahres nur mit der Planung beginnen, aber bis zum Erscheinen sollte es mindestens bis 2024 dauern. Doch nun ging alles deutlich schneller und innerhalb von wenigen Wochen ist er auf den Markt gekommen. Hier habe ich einen Raspberry Pi 5 mit 8 GB an Arbeitsspeicher. Zum Marktstart wird er in zwei verschiedenen Varianten erhältlich sein, einmal 4 und 8 GB Arbeitsspeicher. Weitere Editionen sind derzeit noch nicht offiziell angekündigt, aber es wird davon ausgegangen, dass die kleineren Varianten mit 1 und 2 GB Rahmen später noch folgen werden. Die Verpackung ist weiterhin unauffällig, was sich da verändert hat, sieht man erst auf den zweiten Blick. Der als Kontur abgebildete Pi ist nun komplett auf dem Deckel zu sehen und ragt nicht mehr über den Falz nach vorne. Die Angabe des Arbeitsspeichers befindet sich nun oben und das Logo hat einen weißen Rahmen bekommen, wodurch es besser hervorsticht als auf der Verpackung des Vorgängers. Auch hinten gibt es leichte Anpassungen, die aber eher wie ein Feinschliff wirken und Dinge besser lesbar bzw. auffindbar machen sollen. Im direkten Vergleich mit dem Raspberry Pi 4 ist der Karton sogar ein wenig kleiner geworden. Beim neuen Netzteil sieht man hingegen sofort, dass die Packung dort deutlich größer geworden ist. Das sollte nach den Vorentkündigungen aus meinen letzten Beiträgen nicht überraschen. Aus denen war ja schon bekannt, dass eine stärkere Spannungsquelle benötigt wird. Genügten beim Raspberry Pi 4 noch 3 Ampere? Sollten es beim Raspberry Pi 5 am besten 5 Ampere sein. Das passt zum Name und kann man sich gut merken, wird aber nicht zwingend vorausgesetzt. Man kann also auch die alten Netzteile vom Vorgänger mit nur 3 Ampere verwenden. Hier läuft der 5 dann aber in einer Art Stromsparmodus und begrenzt zum Beispiel die Stromstärke an den USB-Ports. Je nach Anwendungsfall kann das ein Problem sein, muss es aber nicht zwingend. Für mehr Leistung wird auch schnell mehr Platz notwendig, daher konnte das kompakte Design vom Vorgänger nicht beibehalten werden. Das neue Netzteil ist deutlich länger wie das vorherige. Kürzlich ist auch bereits das passende Betriebssystem für den neuen Pi 5 erschienen, nämlich das Raspberry Pi OS 12 AK Bookworm. Es basiert auf dem gleichnamigen Debian-Release und erscheint daher einige Monate nach Debian. Zu Debian 12 Bookworm habe ich schon mal einen eigenen Beitrag gemacht, in dem ich euch die wichtigsten Änderungen vorstelle. Zum Raspberry Pi OS 12 ist gerade ein Beitrag in Vorbereitung, der hier demnächst auch erscheinen wird. Damit du diesen und andere Beiträge zum Raspberry Pi 5 nicht verpasst, empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, sodass du benachrichtigt wirst. Das Raspberry Pi OS 12 ist auch für den Vorgänger Raspberry Pi 4 verfügbar, doch für den Raspberry Pi 5 ist es das erste offiziell unterstützte Betriebssystem. Für die Installation braucht man einen PC oder Laptop mit passendem Speicherkartenslot. Mit diversen Werkzeugen kann man das Abbild herunterladen und auf die Speicherkarte überspielen, oder man nutzt einfach den Raspberry Pi Imager, der beides bequemer automatisiert machen kann. Er hat ebenfalls ein Update auf die Version 1.8.1 mit verschiedenen Verbesserungen erhalten. Auch dazu folgt noch ein eigener Beitrag. Ich habe mich gefragt, wie es mit der Alternative aussieht, nämlich der Netzwerkinstallation. Seit über anderthalb Jahren gibt es nämlich diese Möglichkeit, bei der man den Raspberry Pi Imager direkt auf dem Pi starten kann. Das heißt, der Pi braucht nur Netzwerk- und Internetzugang. Dann kann man dort das Systemabbild, das man als Betriebssystem installieren möchte, herunterladen, entpacken und er überspielt das automatisch auf die Speicherkarte. Man braucht also keinen externen PC oder Laptop mehr mit dem Speicherkartenleser, um die Karte zu füllen. Das gibt schon ein paar Situationen, wo das schon ein Vorteil sein kann, gerade für Einsteiger, die vielleicht keinen Micro-SD-Kartenslot an ihrem PC oder Laptop haben. Es war anfangs eine Beta, mittlerweile ist es in der stabilen Firmware von Raspberry Pi 4 drin. Doch der Raspberry Pi 5 ist nicht mit dem Bootloader des Vorgängers kompatibel. Daher wurde ein eigener veröffentlicht, doch dieser unterstützt bisher die Netzwerkinstallation noch nicht. In dieser Hinsicht ist der Pi 5, also softwareseitig, ein kleiner Rückschritt. Hier könnt ihr ihn nur mit einem externen Computer installieren. Oder halt fertig bespielte Speicherkarten, aber das finde ich immer nicht so eine gute Alternative. Zum einen sind die meistens teurer und ihr wisst ja nicht, ob das ein sauberes System ist. Grundsätzlich laufen tut es mal, weitere Details folgen dann in dem erwähnten eigenen Beitrag und Video dazu. Beim Zubehör gibt es einen Teil von zum Beispiel Mäusen, Tastaturen, die könnt ihr weiterhin nutzen. Bei den Gehäusen ist das leider nicht möglich, da die USB- und Internetbuchsen vertauscht wurden. Neu ist ein offizieller Kühlkörper mit eingebautem Lüfter. Den gab es bisher nicht von Raspberry Pi selbst, sondern eben bloß von Drittanbietern. Wobei das ziemlich sinnvoll ist, schon der Vorgänger kann unter Umständen relativ nah an sein thermales Limit kommen. Daher fand ich dort zumindest eine passive Kühlung eine sinnvolle Idee. Nachdem es nun einen offiziellen Kühler gibt, ist das hier wahrscheinlich ähnlich, werde ich aber auch noch genauer ausprobieren. Die äußeren Verbesserungen vom Raspberry Pi 5 liegen also eher im Detail. Und das meine ich ganz und gar nicht negativ. Warum soll man auch ein bewährtes Design komplett über den Haufen werfen, wenn es doch funktioniert und es eher Details gibt, die man verbessern kann? Im Inneren hat sich einiges getan. Gerade die Leistung soll deutlich gestiegen sein. Allein in der Richtung werde ich sicher noch einige Tests machen. Auch die Desktop-Nutzung, die ich ja schon mal mit dem Vorgänger ausprobiert habe, die kann man jetzt nochmal neu bewerten. Das wird sicher mit dem neuen Prozessor, der deutlich mehr Leistung hat, wesentlich interessanter. Ihr dürft also gespannt sein auf neue Inhalte zum Raspberry Pi 5. Aber natürlich kommen auch die anderen Themen nicht zu kurz. Es ist zum Beispiel gerade wieder ein Beitrag zu einem Mini-PC als Alternative aus der x86-Welt in Vorbereitung. Was denkst du zum Raspberry Pi 5? Schreib es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.